Hin und wieder kann man sich nicht helfen. Da muss man einfach irgendwas spielen, lesen, anhören, herunterladen, was auch immer. Und zwar sofort, unmittelbar und am ersten Tag. Wie sieht es bei euch aus? Kennt ihr das und vor allem kennst du das, Flori? Ja und auch nein. Also ich kann da zwei Seiten liefern und ich kann mal meine eigene und die der Leute dann später noch vortragen. Meine eigene Seite ist, ich kaufe nichts zum ersten Tag. Erstens mal vielleicht auch, weil ich ein natürlich ganz armer Schluckab bin und mir natürlich alles gar nicht leisten kann, diesen ganzen Luxusquatsch, das sind Internet und Strom, ganz schwierig. Und von der zweiten Seite habe ich natürlich auch sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht, in der Regel gerade, was zum Beispiel auch Spiele betrifft. Ich denke mal, da wirst du auch das eine oder andere Beispiel und ihr da draußen werdet vielleicht auch das eine oder andere Beispiel kennen, was am ersten Tag, also vor dem ersten Tag gut klang und beim Kauf am ersten Tag dann nicht mehr so gut war. Kennst du tolle Beispiele dafür, Toni? Nun ja, es ist ja auch immer dieser Wertverfall, weil wer Day One kauft, kauft ja meist auch immer am teuersten. Ja. Ich denke, das ist was, was auch echt sauer aufstoßen kann, weil die Leute, die eben warten, bekommen meist dann das Spiel, das Album oder eben den Film nach kurzer Zeit viel, viel billiger. Ja, das kommt aber auch immer ganz darauf an, wie das Produkt ankommt. Also wenn das Produkt ankommt, wird natürlich der Preisverfall geringer sein, wenn das Produkt sowieso schlecht ankommt. Ja, mein Gott. Der kauft sich dann auch noch zum geringeren Preis, vielleicht dann auch wieder weniger. Ich kann auf jeden Fall dazu sagen, dadurch, dass ich da die eine oder andere Statistik von dem Spiel, was ich veröffentlicht habe bei Steam, da vorliegen habe, kann ich sehr gut sagen, dass die Day One Käufe überwiegen und dass es auch so von der Kurve der Verkäufe üblich ist. Und das bedeutet, man erstellt quasi zum Release einen Hype und am ersten Tag kaufen sich die Leute, am ersten Tag kaufen sich unglaublich viele Leute. Also es gibt ja solche Statistiken, die dann sagen, so GTA 5 hat am ersten Tag so und so viele Spiele verkauft und so weiter und so fort. Und das heißt, viele gehen natürlich auch darauf, dass dann am ersten Tag unglaublich viele Einheiten verkauft werden. Und das flacht dann natürlich schnell ab, weil wenn am Anfang die meisten Leute kaufen, dann bleiben ja weniger Interessenten für später. Die kommen natürlich kleckerweise an, also es ist ja nicht so, dass dann die Verkäufer auf Null runtergehen. Nicht jeder hat zum Beispiel sofort, wo es rauskommt, das Geld zur Verfügung. Manchmal kostet es auch ein bisschen mehr, manchmal kostet es ein bisschen weniger, was man verkauft. Ja, deswegen im Allgemeinen kann man sagen, überwiegen die Day-One-Käufe immer noch. Obwohl auch, ich denke, gerade in der Spiele-Community ist es noch recht durchgedrungen, dass die Day-One-Käufe eigentlich zu unterlassen sind, eigentlich wirklich nicht gut sind. Aber auf der anderen Seite werben natürlich auch die Spieleentwickler damit, dass zum Beispiel, wer es am ersten Tag kauft, da kriegt er noch irgendein sinnloses Gimmick mit dazu. Und damit werden natürlich die Käufer auch noch ein bisschen künstlich nach oben gehoben am ersten Tag. Von daher, ja, es ist ein zweischneidiges Schwert, würde ich sagen. Natürlich zählt zu den Day-One-Käufen oder eben Verkäufen auch die Pre-Oder mit rein. Auf jeden Fall, ja. Weil das ist ja der Day-One-Kauf. Ich versuche es im Grunde zu vermeiden, Day-One zu kaufen. Weil im Grunde, man hat nicht viel davon, am ersten Tag erscheint meist der berüchtigte Day-One-Patch. Und der Preisverfall spielt natürlich auch eine Rolle. Es wird halt sehr, sehr schnell billiger. Beim Thema Spiele muss ich allerdings zugeben, ich habe vor kurzem ein Spiel zum Day-One erstanden. Seit, ich würde sagen, 15 Jahre ist es her, dass ich das letzte Mal ein Spiel direkt zum Release-Tag gekauft habe. Es war Streets of Rage 4. Ich habe diesem Spiel sehr, sehr, sehr doll entgegengefiebert. Und konnte es kaum erwarten. Also ich habe die Tage gezählt, bis tatsächlich der Release vollzogen wird. Und ich habe es nicht bereut. Ich werde definitiv hier demnächst noch ein Video dazu posten. Dem Thema Pre-Odering stehe ich allerdings sehr kritisch gegenüber. Auf jeden Fall. Das ist, finde ich, auch doch kritischer als das Kaufen am ersten Tag. Also ich denke, und das wünsche ich mir, das denke ich nicht nur, das wünsche ich mir sogar, dass die Leute, wenn sie ein Produkt kaufen, erst mal sich, keine Ahnung, es gibt ja die Möglichkeit, dann entsprechend reinzuhören. Oder es gibt die Möglichkeit, also bei Musik zumindest, es gibt die Möglichkeit, sich Rezensionen am ersten Tag oder schon davor durchzulesen. Und es gibt die Möglichkeit, irgendwelche, nennen wir es mal, als Beispielen dann Livestreams zu schauen am ersten Tag, um zu sehen, wie funktioniert das Spiel. Und es ist auch immer ganz gut, sich zu informieren, weil natürlich die ein oder andere Inkompatibilität kann ja vorliegen. Ja, und das Pre-Odering, das hat, da gibt es immer noch Anreize von den Entwicklern für diverse Spiele, dass man da auch pre-ordert. Ja, wenn man ein Spiel kauft oder ein Produkt kauft im Allgemeinen, wovon man quasi nichts weiß, außer, ja, dass man scheinbar auf einen großen Hype-Train aufgesprungen ist, ich glaube, das ist kein Kaufargument. Und zum Thema Inkompatibilität kann ich noch was erzählen. Und zwar habe ich, also wollte ich, so rum ist es richtig, mir Doom Eternal zum gleich ersten Tag kaufen. Und da habe ich aber zum Glück nochmal kurz geschaut. Und zwar nutzen Doom Eternal irgendwelche Shader von Vulkan, das ist ja so eine Grafik-Engine mitunter, die noch gar nicht über die NVIDIA-Treiber auf Linux ausgerollt waren. Jetzt habe ich hier mit meiner Linux-Maschine, die ja dann auch zum gelegentlichen Zocken verwendet wird, da habe ich natürlich eine, naja, sagen wir es mal, ja, wenn das Spiel wie Doom Eternal nur für Windows offiziell ausgelegt ist und es aber trotzdem irgendwie unter Linux funktioniert, wenn man zum Beispiel Vulkan verwendet, dann habe ich natürlich so ein bisschen eine Grauzone und ein bisschen Unsicherheit dabei beim ersten Tag. Und so war es dann auch. Ich habe es mir noch nicht gekauft tatsächlich. Ich glaube, mittlerweile funktioniert es. Aber dadurch, dass ich noch ein bisschen größeren Pile of Shame habe, habe ich das erstmal gelassen mit dem Kaufen und war dann noch ein wenig. Vielleicht tritt dann auch der Preisverfall ein und ich kann mir Doom Eternal später kaufen. Aber ja, grundlegend bin ich froh darüber, dass ich da nicht blind zugeschlagen habe. Das ist in dem Fall natürlich praktisch, klar. Das ist gut und legitim, da gewartet zu haben. Ja, auf jeden Fall. Ich muss allerdings zugeben, dass ich gerade im Pre-Ordering auch so ein bisschen quasi kurz davor bin, wenn ich das mal so nennen darf, weil vor kurzem ist ja so der erste große Trailer rausgekommen. Die Assassin's Creed Reihe wird fortgesetzt mit Valhalla und natürlich kann man jetzt das Spiel pre-ordern. Und natürlich ist eine Pre-Order-Edition schöner als die nächste und es ist auch eben alles enthalten. Also Season Passes und Bonus, Zusatz, DLC und Missionen und natürlich mehrere Sammelfiguren, für die man auch wieder ein Lagerhaus anmieten muss. Allerdings, das hat eben oder das erzeugt auch bei mir so einen ganz negativen Geschmack im Mund, wenn ich es so nennen darf, weil man kauft wirklich die Katze im Sack. Ja. Weil man schmeißt den Entwicklern ja Geld entgegen, ohne mehr gesehen zu haben als ein paar Render-Sequenzen. Das stimmt und es ist ja auch immer eine subjektive Einschätzung, ob einem das Spiel gefällt. Auch wenn man sich Reviews und Rezessionen anschaut, kann man ja immer das Spiel anders finden als derjenige, der es reviewt hat. Ja, was natürlich ein großer Nachteil noch ist und das Thema möchte ich jetzt nicht so groß anschneiden, aber du hast es schon ein bisschen angeschnitten, dass man ja noch diverse Sachen hinzubekommt. Und das Traurige an der ganzen Sache ist, eigentlich gehören diese ganzen Zusatzpackages, die man dann als Pre-Oder-Bonus oder was weiß ich nicht nach wann bekommt, die gehören doch eigentlich schon direkt in den Spiel rein, oder? Ja, da bin ich wirklich vollkommen deiner Meinung. Alles, was am Release-Tag verfügbar ist, also als Bonus-Content sozusagen downloadbar, das gehört im Grunde in das Spiel hinein. Also ich verstehe das auch nicht, warum das so auseinandergepflückt wird. So ein Season-Pass dagegen, der bei irgendwelchen Deluxe-Editionen beiliegt, das kann ich wiederum schon eher verstehen, weil man nimmt ja an, dass dieser Content sich noch derzeit in der Erstellung befindet. Und insofern kann ich verstehen, klar, vor allen Dingen, wenn das so eine Reihe ist, wie beispielsweise eben Assassin's Creed, man weiß, man hat schon andere DLCs und Add-ons gespielt und man kann sich da zumindest der Grundqualität sicher sein, warum nicht im Vorfeld auch gleich für die Add-ons entscheiden. Aber Day-One-Bonus-DRC, das hat keinen guten Nachgeschmack. Auf jeden Fall. In der Regel werden ja die Inhalte des Season-Passes erst nach Release erstellt oder andersrum, die wurden vielleicht vor Release schon angefangen, aber sind natürlich nicht fertig zu Release. Und deswegen wird ja zumindest noch Arbeit im Hintergrund investiert. Aber die Arbeit, die hier für die Zusatzinhalte draufgegangen ist, die wurde ja schon erbracht. Und man muss dazu sagen, man arbeitet natürlich, wenn man jetzt nach den Verkäufen geht, in der Spielebranche arbeitet man ja quasi auf Pump. Also das, was man an laufende Kosten für die Entwicklung hat, wird ja erst im Nachgang reingeholt. Und das ist natürlich auch ein großes Risiko. Weswegen es natürlich auch Pre-Order gibt, weil da ist das Geld schon da. Da ist quasi ja die laufende Finanzierung in der Entwicklung. Und naja, man kann da ein bisschen vielleicht noch ein Argument rausziehen aus wirtschaftlicher Sicht. Aber ich würde trotzdem overall sagen, schaut euch an nach dem Release, was ihr kaufen möchtet. Informiert euch. Wenn ihr immer noch der Meinung seid, dann schlagt gerne zu. zu.